meine damen und herren herzlich willkommen zu der nun zweiten ausgabe von ort zur welt erneut stehe ich hier wieder vor einem leeren körperforum und erneut werden wir heute abend ein rein digitales konzert für sie veranstalten aber wir sind sehr guter dinge dass es bald wieder möglich ist sie hier persönlich begrüßen zu dürfen mein name ist baro schanay ich bin im bereich kultur der körperschriftung für die musikprojekte zuständig und darf sie durch den heutigen abend führen bevor ich ihnen unseren sehr besonderen gast und künstler vorstelle möchte ich ein paar kurze worte über die reihe ort zur welt verlieren wir veranstalten diese konzertreihe viermal im jahr und seit 2017 wir hatten diverse verschiedene solistinnen und ensembles hier zu gast die eigentlich ja wie kann man das sagen das hauptmerkmal dieser reihe ist dass die künstlerin die bei uns auftreten ihre identität oder geheimat oder ihre kultur sozusagen in ihrem instrumenten koffer tragen und ins heute und in unsere gesellschaft hineinbringen was sie vereint ist dass in der musik gegensätze sich begegnen oder sogar zu verschmelzungen kommen gegensätze wie jung und alt zeitgenössisch und traditionell aber auch orient und oksident begegnen sich und finden eine neue musikalische sprache genauso ist es auch heute abend bei unserem gast aiham ahmad herzlich willkommen aiham ahmad ist vielen schon bekannt sein gesicht vor allem in einem ja sehr prägnanten foto mit einem grünen hemd inmitten von einem trümmerhaufen ist durch die medien gegangen 2015 gegen die diese bilder durch die sozialen medien um die ganze welt wo man ihn an einem klavier mitten in einem trümmerhaufen sah wie er für junge menschen und vor allem für kleine kinder musizierte und versuchte ihn in dieser wirklich furchtbaren und katastrophalen situationen etwas mut und hoffnung zu spenden jetzt ist er hier seit 2015 lebt er jetzt mittlerweile mit seiner ganzen familie in deutschland und wir haben das große glück in jetzt natürlich live zu hören er hat zahlreiche konzerte im in- und ausland und ist jetzt ein wirklich sehr gefragter pianist und das bild des pianisten aus den trümmern was ihm mal irgendwann ein verleibt wurde verlässt er nach und nach und hat sich mittlerweile zu einem wirklich großartigen künstler entwickelt der natürlich immer noch eine art botschafter ist ein musikalischer botschafter aus seiner heimat aber vor allem auch durch seine sehr prägnante musik uns allen eine freude macht ich freue mich dass du hier bist und ich wünsche den zuhörern und zuhörern sehr viel freude am heutigen abend vielen dank abonniere ich mich Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 aber was mir ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt hat in all diesen interviews war deine musik also es geht sehr viel natürlich um deine geschichte um seine biografie was ja wirklich also filmreif ist ich glaube wir sind uns alle einig alle die sich jetzt kennengelernt haben wissen dass es irgendwann ein kinofilm also geben muss zu dir und einer person aber was etwas zu kurz kommt ist tatsächlich deine musik und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen weil ich finde dass das in zukunft auch dass der fokus etwas mehr auf deine musik gerichtet werden sollte und zwar wir haben uns ja ein paar fragen gemeinsam überlegt aber wir sind beide ja aus einer kultur wo improvisieren ist in unserem blut deswegen müssen jetzt auch etwas improvisieren ich hoffe es ist für dich in ordnung ich habe versteht perfekt deutsch muss man sagen aber im antworten könnte es sein dass er sich ein bisschen mit englischen wörtern den lisch gemacht den lisch genau so lange nicht arabisch dazu kommt ist alles in ordnung ich würde gerne wenn es für dich in ordnung ist auf jedes deiner einzelnen stücke die du gerade gespielt hat kurz eingehen weil jedes für mich persönlich jetzt als einzige zuhörer in diesem raum fragen aufgeworfen hat ist es okay und zwar das erste stück was ich mich gefragt habe weil ich nicht arabisch sprechen kann ist das sehr oft das wort jawatani benutzt ist das heimat ja auch auf arabisch okay magst du zu dem stück kurz was erzählen das stück heißt come back and come back we never we never come back we are mean nie zurück nach heimat was was heißt heimat for for palestinien flüchtling born in syria heimat ist zu hause heimat back to home with your thought with your thinking and das ist wichtig für mich und vor allem die die leute hat die selbe situation heimat finden und ich finde meine heimat zwischen diese stücke zwischen diese musik und zwischen diese kombination zwischen orientalische musik oder western music und ich ich suche meine heimat zwischen den worten und manchmal ich habe präsent alles heimat watani inside der song und dein worten deine heimat findest du in in der musik würdest du das so beschreiben heimat ja in in der musik und ja wir suchen dem heimat zu bleiben und heimat zu denken und was heißt heimat heimat ist akzeptieren heimat ist home for me the place where i can present my music and home it can be harm work it can be warburg it can be yarmuk and i am not allowed to present my music it's not home and this is die 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 hauptsache was immer es war präsent in das heißt da wären wir auch schon beim nächsten thema die stücke die du die hast du ja irgendwann komponiert aber die sind werden immer quasi je nach stimmung oder nach ort wo du sie aufhörst improvisierst du sozusagen ich so ein bisschen wie er um dann kommt er hin und ich so auch schon bei mir im langer Jahre alt im langer Saal und ich habe mehr than 600 time in belastet in meinem concert i play more i play more than 800 concert in the last five years wow wow okay and does this come back it's every time it's come back with the people sometime i feel and i see sorry because i switch to english uh sometime i i have a lot of Ich weiß sie, und für mich ist Heimat, ein Teil der Home. Familie, wir sprachen über das vorher, wir hatten viele Familie hier in Deutschland. Und das ist auch, wenn ich jemanden von der Audience weiß, ich spiele Heimat differently. Emma hat improvisation, vielleicht 40% oder 50%, manchmal 60%. Und ich finde das wichtig, und jedes Mal kommst du an das Konzert und hörst du das Konzert, es kommt anders. Und das ist nicht boring. Ein anderer Musiker hat ein Hauptprogramm, zwei Jahre, wir spielen das in Luxemburg, in Hamburg, in Warburg, in der City, wir machen ein Programm. Aber das war nie ein Programm gemacht, nie eine Liste, oder eine Liste der Musik zu machen. Heute müssen wir ein bisschen sortieren, nicht viel Improvisation, weil wir in der Zeit halten müssen, aber in dem Konzert, ich habe nie eine Liste zu spielen. und das kommt immer frisch. Und ich denke, das ist wichtig für die Musik und wichtig für den Audience. Das heißt, die meisten Stücke von dir sind irgendwann natürlich entstanden, also komponiert, es ist ein Gerüst, was du geschrieben hast, die Harmonien stehen vielleicht fest, die Spielweisen, auch der Text, der dazu kommt, aber es ist immer eine Reaktion, wie es dir geht, wovon du umgeben bist, von welchen Menschen du umgeben bist. Sehr interessant. Schauen wir auf dein zweites Stück. Da habe ich das Wort Elahi immer wieder gehört. Elahi heißt wahrscheinlich sowas wie Gott, hör mich an, oder wo geht es darum? Ich dachte zwischendurch, das ist ein bisschen Rachmaninoff Chopin, hatte ich ein bisschen rausgehört. Ja. Elahi, this is also word what we can back to the Arabic really old language and Elahi, it's mean not God because Elahi, they was also praying for those stones and they also was Elahi for them. Elahi, this is mean what I believe. Can be God, can be the sun, can be the sea, can be this stone what the people pray before Islam come to Makkah. they was praying for stone, looks like, they call it also Elahi. Elahi, where this, this is the list was do immer, yeah, yeah, try to, to ask the question where you don't found the answer. Mm-hmm. And this is the list can be Elahi, can be, can be the sea, the sun, and anything. And it's nicht in the direction religious. Okay. But yeah, this is, viele Fragen, I have many questions, I have many answers. And I have my question, to have, to have, to answer for my, my question. And this is why I, every time, have Elahi, and I ask the question in my heart. Mm-hmm. This is mean, that the Elahi present, but the question is not in the song. Das ist ein Zeitpunkt, ein Zeitpunkt der Gedanken, ein Zeitpunkt des Traumas, ein Zeitpunkt unserer Zeit und der Zeit in Syrien. Alles ist zusammengekommen. In diesem Stück hört man sehr stark diese klassischen Einflüsse aus. Könntest du kurz einen Part davon anspielen, wo ich wahrscheinlich gedacht habe, ist das ein Chopin Prédit? Ja. Es war viel Harmonie auf der anderen Seite. Die año es very, großartig ist. Die klassische Musik des Klassischen. In der Inhal�e ist es eine Klassische, die Klassische, ist das Teilndromana. Die klassische Musik gut um. Die Musik von der Klassischen Musik überlegt, ist eine sehr, sehr beherendet. Die Klassische Musik wird in der Klassische Musik von der Klassischenë. Er hat man von der Klassische Musik vom Angriff zu. Beethoven ist natürlich unser Gott, aber wir können nicht komposen, wie Beethoven. Aber wir versuchen es. Und das ist die klassische Harmonie, die in diesem Stück. Und vielleicht, wenn ich hier kurz in deine Biografie einschneiden darf, hast du eine klassische Ausbildung in Musik gewonnen damals? Ja, ich war fünf Jahre alt. Mein Vater hat entschieden, ich sollte das Piano spielen. Warum? Ich weiß nicht. Und er hat das demasiado ausprobiert. Und er hat ein��kt, wie ich uns wissen will, Und er hat einenusaal, der mein Vater in diesem Piano zu lassen. Warum ist es so schwer? Was werden wir da mit dem Piano spielen? Er hat diesen Piano gehört. Und ich dachte, banyo. Banyo, zu schwimmen. Bad Banyo. Und er hat einen Jaun. Und er hat eine Oi. Und er hat das immer gesagt. Mein Vater hat gesagt, er muss Piano spielen und er muss Piano üben. Und du wolltest gar nicht als Kind, du wolltest selber kein Interesse, du wolltest Fußball spielen. Fußball spielen oder anders machen. Fünf Jahre im Jarmuk-Kampf, im Refugee-Kampf, Kinder haben mit anderen zu tun, nicht Piano spielen. Mein Vater war stark für das und ich verstehe jetzt, nach 33 Jahren, was er wirklich war, er hat mein Zukunft. Without that, I will not be here. Piano ist nicht üben, aber to be fleißig mit dem Finger und alles. Und danke für meinen Vater und das ist der Hauptteil in meinem Leben. Danke für meinen Vater und Mutter auch, aber Vater war präsent für die Musik und Mutter war auch supportive, zu gehen. So, und without family looks like that, in dem Jarmuk-Kampf, maybe I will be Carpenter. Oder, it's good to be Carpenter, you make piano in the end. Ich hoffe, dass jetzt, es ist allerdings 21 Uhr, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, da werden nicht so viele Kinder im Fernsehen gucken dürfen, aber ich hoffe, dass einige Kinder gerade diesen Part gehört haben, wie wichtig es ist, auf die Eltern zu hören, wenn sie sagen üb, üb, üb. Ja. Okay, das heißt, deine Biografie hätte sich komplett geändert, wenn du nicht auf deinen Vater gehört hattest. Ja, richtig. Das heißt, du hast dich diesem Druck hingegeben, hast ab fünf Jahren Klavier gespielt und bist dann später zum Studieren nach? Ja, nach dem Abitur, ich habe studiert in dem Konservatorium, in der Hochschule für Musik und ich spiele Chopin, Mozart, Rachmaninoff, Tchaikovsky. Hast du das gemacht, gerne in der Musik? Ja, gemacht, ja, you should do it. Ja, gemacht, I love to play piano with Beethoven. I like to make new style, I like to mix the music. But when you study with a wonderful teacher, looks like my professor, when you make a mistake, he beat you directly. This was not so nice, but without this also, I will not üb for Czerny, you know. He has all the book of Czerny, with the etude of Czerny, all I play it. And Hanon. And this was, yeah, and Hanon, and this is make me really strong with the finger. After the bomb destroyed my finger in Syria, cut these two fingers. Imagine, I don't can make my finger straight and I still can play in this. This is only 10% what I study to play piano. Kannst du einmal kurz erzählen, wie gesagt, die meisten, die sich mit dir beschäftigen, wissen von dem, ich sag mal, Unfall. Aber wie ist das passiert, dass du... Ja, in Yarmouk, in 2012, war es nicht so wichtig, zu piano zu machen. Und ich muss auch Geld von meiner Familie. Ich mache Falafel in der Straße. Und einmal, natürlich, die Leute waren gegen Hunger. Und ja, they died from hunger. More than 160 people. This was not only to make Falafel, it was a statement to feed people. I was making Falafel in the street from Linze. It's not from the normal Falafel. And the bomb fell down, killed seven people in my line and destroyed my hand and my face here. And I was so lucky because I don't killed because the splitter, it's come full down in 100 meters from us and come small metal, cut my finger twice in this direction and hit me here and go. Ah, okay. And this was so good because it's not hit me here and go from the other side. It's high metal, Schlachtbomb. Okay. Und danach konntest du natürlich erst mal gar nicht spielen. Ja, vor sechs Monaten, ich kann nicht bewegen und es war richtig hart. Und you can see that in the video, when I play in 2014. Merkst du das jetzt beim Spielen? Ist das ein Hindernis? Ja, es ist richtig. Ich will richtig Rachmaninoff. Ich lebe Rachmaninoff und Modern Music und ich habe immer hier die Pänen. Und ich gehe nach Doktor, Arzt Hand, Professional Hand Doktor. Und zwar, he said, it's richtig 10% from your hand work. Keep it on Physiotherapie. This is only help. Aber Physiotherapie, ich mache Piano jeden Tag und ich hoffe, besser zu werden. Und du willst ja Musik machen. Ja, richtig. Und das hilft, über Grenzen zu gehen, über physische Grenzen. Ja, richtig. Und also für mich, für alle Leute. Ja, ich denke, die Worte, die Worte, die Text ist, every time, missing some things. The Musik kann complete it. Und ja, wir können tell our story. Das ist die wichtigste Sache, die foreigners zu erzählen, über die Leute kommen zu Europa, was sie haben und was sie bringen. Ja, nicht nur bad news, in die newspaper, über die Refugee, oder die Palästinien, oder die Iraner. Oder, this is, I feel, it's my task, with the music to tell. Mhm. Und wo wir beim Thema sind, du benutzt ja auch sehr viele Worte. Wir können jetzt nicht auf die einzelnen Texte leider gehen. Aber was ich halt wirklich sehr bemerkenswert finde und was wir unbedingt in dieser Sendung auch erwähnen sollten, ist, dass du auch ein Autor bist. Also du schreibst auch selbst. Ja. Zwar jetzt in der deutschen Sprache mit etwas Unterstützung. Aber magst du einmal kurz zu deinen beiden Büchern was erzählen? Das erste Buch Und die Vögel werden singen ist eine Autobiografie, die auch im Fischer Verlag erschienen ist, 2017. Und es wurde in mehreren Sprachen mittlerweile übersetzt, richtig? Ja, richtig. Also das erste Buch war in Französisch, Italien, Dutch und Amerika. Pinguin Books make it in UK und Simon & Schüchte in Amerika. Und es war wichtig für mich die ganze Geschichte zu erzählen, weil die Newspaper, they speak about the green T-Shirt photo, they speak about IS firing my piano and I escape from Syria. Aber die Geschichte war bigger and more important from those three days what happened in my life. And now I write more important Geschichte. It's not about me. It's about the people and the children still living in Syria until now because we don't have too much news about the Syrian people in Syria living in horrible situation still in Damascus and in a lot of places in Syria. We hear every time Corona, 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 Corona in the news. But what happened there in Syria? And I decide to with help with great together with Andreas Lokas. Dr. Andreas Lokas, we write that wonderful book, his name Taxi Damascus. It was only one week open. Vor einer Woche erschienen. Bei Taxi Damascus geht es darum, dass Ayham selbst quasi als sich als ein Taxifahrer sozusagen die Rolle eines Taxifahrers schlüpft und die Geschichten seiner Fahrgäste erzählt, die ihm quasi auch wirklich von dem Alltag in Syrien und von Krieg berichten. Richtig. Und wie gesagt, über deine Person kann man sehr vieles erfahren. Um einmal nochmal zurückzukommen zu deiner Musik und zu den Stücken, die wir gehört haben. Bei dem Stück Taxim, das dritte Stück, da hörte man was Perkussives. Ist das wie ein Herzschlag? Oder womit hast du das? Richtig. Das ist eine große Herausforderung. Aber es beginnt mit dem Leben. Und das ist die Improvisation above das. Okay. Without the music. The Taqseim, das ist ein big culturales, in der Arabischen Musik, in der Orientale Musik, also in der Iranischen Musik, in der Farsi Musik, in der Afghanischen Musik, also. Wir haben drei aus der Rhytm, aus der Skill. Ja, das ist mir, der Skill, das ich hier play. Was, Hijaz, das ist ein bisschen Menor Phrygian, aber es ist nicht wirklich, denn also Hijaz hat eine Quartal-Tune. Ich kann es nicht mit dem Pianow spielen. Es ist ein wunderbarer instrument, aber es ist noch nicht für das. Und die Taqseim ist das Teil, wo man auch eine Diskussion mit dem Sound oder man muss die Geschichte während der Art der Improvisation und das ist Improvisation, Rhythm mit dem Herz. Ah, okay, nice, thank you so much. Vielen Dank. Und eine Frage, die ich sonst noch hatte, ist das letzte Stück. Das heißt Suffering. Ja. Das Einzige, was ich als Zuhörerin, was mir bei mir angekommen ist, ist wirklich eine große Hoffnung, die du durch die Musik transportierst. Worum geht es in dem Stück? Ja. Das ist auch warum ich auch das Suffering finde. Das Suffer bringt die Hoffnung in den Ende. Das ist eine große Hoffnung. und wir verstehen, warum es passiert, dass wir große Hoffnung haben. Und das ist das, was es präsent und umtragen in der Peace war. Und ich suche immer, dass Musik mit einem Wort viel erzählen wird. Und ja, Suffering, das war der moderne Weg, in der ich meine Musik in dieser Weise entwickeln will. In die Hoffnung. Deine Musik soll sich in Richtung Hoffnung entwickeln. Das hoffe ich wirklich sehr stark für dich. Und ich kann nur sagen, wir als Gesellschaft brauchen solche Künstler wie dich ganz dringend, die auf der einen Seite wirklich so viel Talent und Musikalität mitbringen, auf der anderen Seite auf wichtige gesellschaftliche Themen hinweisen. Magst du vielleicht uns kurz andeuten, worum es in den nächsten beiden Stücken gehen wird, die du uns gleich noch spielen wirst? Vielen Dank. Guck mal, ich habe hier einen Spielzettel. Guck mal, ich habe hier einen Spielzettel. Ich werde jetzt spielen Scham und Das Leben. Das ist von einem neuen Album. Ich habe Ahmadan Musik für Peace, das ich kompose und spiele mit in Berlin, mit der wunderbaren Saxophonist Steve Schoenefeld. Er kommt aus Australien. Und das Leben, es war auch ein Rekord in Berlin. Und es ist eine Erklärung für mich, über das Leben. Und ja, ich bin so glücklich, es zu präsentieren. Vielleicht ist das, ich glaube, das zweite Mal, in dem ich diese zwei Spiele spiele. Wow, Premiere! Das erste Mal war ein Video-Konzert, aber jetzt ist das erste Mal wirklich, um es zu spielen. Uraufführung mit einem Publikum, was wir jetzt zwar nicht sehen, aber was da ist. Ich danke dir sehr. Wir hätten wirklich bestimmt noch fünf Stunden weiter reden können. Das werden wir auch gleich fortsetzen. Und wir werden definitiv dich hier nochmal auf der Bühne hoffentlich sehen. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die Zukunft. Alles Gute für Sie. Und mach einfach weiter so und kämpfe. Und wir nehmen auch Anteil daran mit Freude. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich sehr und tut mir leid für mein miserabel Deutsch. Das ist sehr, sehr gut. Ich habe alles verstanden und das Publikum bestimmt auch. Danke dir. Danke, danke dir. Vielen, vielen Dank. Danke. Danke, danke dir. Danke, danke dir. Danke. Change. Danke, danke dir. Ich habe echte tư? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020